Politische Börsen haben kurze Beine. Das haben wir gesehen nach dem Terroranschlag in Israel. Montags sind die Börsen erst gefallen und dann im Laufe des Tages konnten sie sich erholen und wir haben eine starke Bewegung nach oben in den darauffolgenden Tagen gesehen, bevor es dann zum Wochenende hin dann doch wieder zu Kursrückgängen kam. Warum sind die Fangaktien nicht der Antriebsmotor wie in der ersten Jahreshälfte? Wir haben hier ein sehr uneinheitliches Bild und in meinem heutigen Video möchte ich dir zeigen, welche Aktien hier besonders viel Sinn machen und wo Gefahren lauern und warum gerade diese Gefahren dafür sorgen, dass der Nasdaq nicht wirklich nach vorne kommt. Mehr dazu in meinem heutigen Video. Wir haben eine schwere Zeit an den Aktienmärkten und das schon seit vielen, vielen Wochen und dazu dann noch vor gut anderthalb Wochen der Terroranschlag in Israel. Das Ganze hat zu kurzfristigen Verwerfungen am Aktienmarkt geführt, aber besonders die Fangaktien, die in der ersten Jahreshälfte dafür gesorgt haben, dass wir kontinuierlich steigende Märkte vor allen Dingen im Nasdaq gesehen haben, die Zeiten sind seit einigen Wochen vorbei. Wir haben jetzt ein zweigeteiltes Bild bei den Marktführern in diesem Bereich, die auch eine sehr hohe Bewertung haben, nämlich bei Aktien wie beispielsweise Apple, Meta, aber auch Nvidia oder Google. Und es kommen auch immer mehr negative Nachrichten in diesen Bereich hinein und deswegen tut sich der Nasdaq im Moment auch schwer, trotz des positiven Umfeldes aus der Markttechnik heraus, auch aus Grund der Saisonalität hier wirklich nach vorne zu kommen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze heute mal im Detail an. Ich nehme euch dafür einmal mit auf meinen Monitor. Ich habe hier den Nasdaq Future einmal aufgemacht und hier kann man das ganz gut sehen. Das hier war der Freitag gewesen und dann am Montag. Das sieht aus, als wenn wir am Montag einen positiven Tag gehabt haben, haben wir am Ende des Tages auch. Aber der Markt hat hier doch deutlich tiefer aufgemacht und ist im Laufe des Tages dann hochgegangen. Dann haben wir dann zum Wochenende hier nochmal diesen Rückgang gesehen. Ja, und jetzt zwischenzeitlich eben dann doch recht uneinheitliches Bild. Was man schon mal sagen kann, klar, wir stehen höher als vor dem Anschlag in Israel. Dazu habe ich auch einiges gesagt am Montag in meinem Wochenausblick. Jetzt allerdings geht es ja um die großen Treiber der vergangenen Monate. Wenn wir uns das mal anschauen und dafür gehe ich einmal kurz in den Monatschart. Da kann man das dann ganz gut sehen, wenn man sich jetzt die letzten Monate anschaut seit Jahresanfang. Da haben wir dann schon gesehen, dass wir hier doch einiges an Bewegung gehabt haben. Das heißt, der Markt selber ist seit 1. Handelstag im Januar aktueller Stand 36% vorne. So, und ganz klar kann man sagen, das ist zum größten Teil tatsächlich auf die Marktschwergewichte zurückzuführen. Und hier haben wir gerade kein einheitliches Bild, weil eben doch sehr viele belastende Faktoren zurzeit in den Markt hineinkommen. Wir sind ja sehr stark getrieben worden von KI. Und jetzt kommen allerdings wieder ganz normale Nachrichten auf den Markt, nachdem der erste Hype erst einmal vorbei ist. Und deswegen schauen wir uns auch mal detailliert Aktien an. Wenn wir beispielsweise die Apple-Aktien nehmen, auch eine der typischen Fangaktien, auch diese hier bis Anfang August hier wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Man kann das wirklich gut sehen, wie beim Index eben auch. Super, super stark das ganze Jahr auf dem Weg nach oben gewesen. Man sieht das hier, wenn man sich das mal anschaut, hier von Anfang Januar an. Da waren wir fast an den Tiefs gewesen bei 125. Ja, und dann ging es von hier an eigentlich nur in einem Berg auf. Also wenn man sich das mal hier anschaut vom Hoch zum Tief, beziehungsweise vom Tief zum Hoch. Wir haben das vorhin gesehen beim Index selber. 37, 40%. Hier sind wir bei fast 60% angekommen. Das heißt also viel, viel Dynamik, natürlich aufgrund der starken Marktkapitalisierung nach oben gezogen. Seitdem allerdings sehen wir hier einen Abwärtstrend in Apple. Und das ist auch nicht ohne Grund, dass wir hier diesen Trend haben, der hier nach unten führt. Da ist unter anderem natürlich die hohe Bewertung ein Teil. Aber es gibt natürlich auch vor allen Dingen in China große Probleme. Es gibt auch bei der Produktentwicklung gerade einiges an negativen Nachrichten, die kommen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie viel Absatz können wir denn erwarten, auch mit neuen Produkten. Und das sieht man gerade in den letzten Tagen, dass auch immer wieder negative Nachrichten hier hereinkommen. So, wenn man sich das also anschaut, wir sind hier in diesem Abwärtstrend und dieser hält eben auch an. Und solange wir hier in diesem Bereich sind, besteht natürlich immer die Gefahr, dass es bei Apple auch erst einmal nicht weiter nach oben geht. Wir sehen, aufgehalten hat einen weiteren Absturz eigentlich hier, die 200-Tage-Linie. Habe ich auch schon sehr, sehr oft hier thematisiert. Das sind so selbsterfüllende Prophezeiungen. Markt läuft drauf, läuft dann hier wieder zurück. Positiv wird Apple beispielsweise dann erst, wenn hier wieder ein neuer Trend tatsächlich nach oben entsteht. Da sind wir einfach noch ein Stück von weg. Es fehlt auch im Moment das Momentum, die Idee, wo es herkommen soll. Weil wie gesagt, China belastet hier im Moment sehr stark. Und dadurch, dass Apple natürlich eine starke Gewichtung auch innerhalb des Nasdaq-Index hat, ist das natürlich ein Faktor, warum es hier nicht wirklich weiter nach oben geht. Ein weiterer Belastungsfaktor ist NVIDIA. Auch diese Aktie ist bis zum August sehr gut gelaufen. Man kann das hier wirklich sehr gut sehen. Auch hier von 1. Januar an. Also wir hier wirklich, auch hier waren da die Tiefs, wenn wir da uns das anschauen, wo das hier wirklich gestartet ist. Und dann hier bis an die Hochs über 240%. Wir waren ja ganz, ganz lange NVIDIA auf diesem Weg mit dabei gewesen. Ihr erinnert euch, sowohl natürlich bei uns im Mentoring als auch im Screening-Dienst hatten wir die Aktie drin. Im Sinne, seitdem sehen wir hier eine Seitwärtsbewegung. Vom Hoch hat die Aktie jetzt auch schon wieder einiges verloren in dieser Zeit. Man kann das hier wirklich sehr schön sehen. Aktuell so minus 10%. Das ist alles nicht dramatisch. Aber wir haben auch gerade gestern den Absturz gesehen von gut 4%. Auch da kann man sagen, ja, bei einer Aktie, die so stark gelaufen ist, klar. Aber es gibt halt wirklich belastende Faktoren. Und das hat einfach damit zu tun, dass NVIDIA einfach nicht mehr so Chips beispielsweise nach China liefern darf. So, das ist ein großes Problem natürlich für NVIDIA, weil das ist natürlich ein starker Absatzmarkt. Und hier gibt es einfach von der US-Regierung einfach immer mehr Einschränkungen. Und das belastet im Moment die Aktie. Mittelfristig, ganz klar, ist NVIDIA sicherlich eine Aktie, die in jedes Portfolio als Investor gehört. Gerade mit dem Hintergedanken KI. Aber wenn wir uns auch mal die Umsätze gestern anschauen. Also das heißt, fallende Kurse und auch noch ansteigende Volumina. Das ist eigentlich ein Zusammentreffen, was nicht gut ist. Was auch erstmal nicht dafür spricht, dass der Markt hier sofort wieder nach oben läuft. Es sei denn tatsächlich, wir sehen heute oder morgen einen massiven Kauf in der Aktie. Dann könnte es sein, dass hier wirklich die nervösen Hände verkauft haben. Und dass der Markt danach wieder nach oben geht. Aber sollte die Aktie hier die tiefs nach unten durchschreiten, wird es hier mit NVIDIA mit absoluter Sicherheit wahrscheinlich hier an diesen Bereich hier unten ranlaufen. An die 400er Marke. Und die muss dann wirklich halten. Denn wenn die nicht hält, dann haben wir wirklich ein Riesenproblem. Weil dann ist die Gefahr einfach unfassbar groß, dass die Aktie dann tatsächlich nochmal um 10% abrutscht. Hier in dem Bereich an die 200-Tage-Linie. Also ganz, ganz wichtig, wenn wir eine negative Nachricht haben, wie gestern beispielsweise bei NVIDIA. Und die Aktie nicht sofort am nächsten Tag wieder positiv darauf reagiert. Kann man davon ausgehen, dass eine Aktie dann weiter unter Druck gerät. Und wie gesagt, wir haben hier noch diesen Bereich, wo die Aktie ein paar Mal dran gelaufen ist. Hier bei 400, 405. Das muss am Ende des Tages halten. Das ist hier so diese Auffanglinie, die ist sehr oft angetestet worden. Doch wenn es hier bergab geht, dann geht es eben auch runter. So, und das ist so ein bisschen die Problematik, die wir haben mit diesen typischen Fangaktien. Die sind total super, weil sie haben den Index nach oben gezogen und wir konnten hier wirklich unfassbar viel Performance mitnehmen. Gerade in der ersten Jahreshälfte war es sehr, sehr einfach als Trader sehr viel Geld zu verdienen. Jetzt sind wir in einem Marktumfeld, wo man denkt, Mensch, der Markt läuft eigentlich nur seitwärts. Wir kommen eigentlich mit unserer Performance gar nicht wirklich nach vorne. Und das ist eben in solchen Marktumfeldern sehr, sehr schwierig, wenn da noch politische Dinge dazu kommen. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben natürlich die Sommermonate gehabt. Auch das ist immer ein schwieriges Marktumfeld. Jetzt kommen wir technisch gesehen in ein besseres Marktumfeld. Saisonal gesehen auch die letzten Wochen des Jahres sind eigentlich gute. Nur ist es hier eben wichtig, wenn man auf Indizes setzt beispielsweise, dann ist es natürlich wichtig, dass gerade solche Aktien, die sehr, sehr hoch gewichtet sind, wie beispielsweise Nvidia oder auch Apple, dass diese dann auch mitziehen. Weil ansonsten belasten sie im Prinzip diesen großen Index. Deswegen ist es wichtig, eher weg von Indizes zu gehen, her zu einzelnen Aktien. Und dann natürlich eher auf Aktien, nicht die im Korrekturmodus sich befinden oder gerade mit schlechten Nachrichten zu kämpfen haben, sondern eben eher mit Aktien, die mit positiven Nachrichten zu tun haben und auch gut funktionieren. Und das ist zum Beispiel Meta. Meta hat es geschafft, hier ein neues Hoch zu markieren in der abgelaufenen Woche. Das kann man hier ganz gut sehen. Wir sind also an den Jahreshochs. Und das ist wiederum die Positivseite. Das heißt also, auf der einen Seite haben wir die Belastung, aber auf der anderen Seite, hier bei Facebook beispielsweise, sehen wir ganz gut, dass wir Richtung Neuhochs unterwegs sind. Und das ist für mich eines immer der Gründe, warum ich sage, ich bin halt sehr ungern tatsächlich als Trader in Indizes, sondern ich bin ein großer Freund davon, lieber als Trader in einzelne Aktien zu gehen, weil wir hier viel, viel mehr Performance machen können. Ich meine auch, Meta hat seit Jahresanfang, wenn wir uns das hier anschauen, auch eine unfassbare Rally hingelegt, wenn wir uns das mal anschauen, hier von den Tiefs zum Jahreswechsel hier hoch. Auch hier 180% Performance. Klar, keiner steigt am Tief ein, keiner steigt am Hoch aus, ist schon klar. Aber so wie jetzt auch bei NVIDIA, haben wir 50% und mehr an Performance eben auch mitnehmen können. Und das ist hier bei Meta ja am Ende des Tages auch so. Also auf Dynamik zu achten, ist wirklich unfassbar wichtig. Das Gleiche gilt übrigens auch für Google, die auch an den Jahreshochs steht. Das heißt, auch da ist ein neues Jahreshoch markiert worden zum Ablauf der letzten Woche. Und wir sind jetzt auch wieder knapp da drunter. Das heißt, wir haben ein sehr geteiltes Bild, wenn wir das mal zusammennehmen bei den Fangaktien. Wir haben auf der einen Seite eben Aktie Apple und NVIDIA, die dafür sorgen, dass der Markt eher belastet wird. Also nicht nur, dass die Aktie schwach ist, sondern dass eben auch der Index selber, weil sie ja Index-Schwergewichte sind, hier belastend sind. Während wir auf der anderen Seite Meta und Google eher auf der Positiv-Seite haben. Kurz zusammengefasst, es ist im Moment nicht mehr so wie am Anfang des Jahres, dass man einfach mal blind auf die größten 4, 5 Titel setzen kann. Sondern man muss hier sehr selektiv vorgehen. Das heißt, einen guten Screening-Prozess haben, dass man wirklich auf die Aktien auch geht, wo ein guter Nachrichten-Flow drauf ist. Weil es macht einfach wenig Sinn, im Moment als Trader eben auf Indizes zu setzen. Das macht sowieso langfristig gesehen deutlich weniger Sinn, als das in einzelnen Aktien zu machen. Aber hier jetzt auch selektiv wirklich zu sagen, was sind jetzt eigentlich die starken Aktien, wo sind die starken Storys, die gerade gespielt werden. Und umgekehrt, wo sind eigentlich die Storys, die eher belasten. Und dafür ist es einfach wichtig, dass ihr jeden Tag einmal kurz auf die Nachrichten schaut. Denn da konnte man gestern eben sehr gut sehen, dass gerade NVIDIA nicht ohne Grund über 4% unter Druck geraten ist. Also, wichtig ist beim Handel immer darauf zu achten, im Idealfall in Aktien zu investieren, das gesamte Marktumfeld im Blick zu haben. Denn wir sehen, obwohl wir den Terroranschlag vor 10 Tagen hatten, gibt es Aktien, die Richtung neue Hochs laufen. Die Indizes selber sind am Anfang des Jahres sehr stark davon beeinflusst worden, was die Fangaktien machen. Aber am Ende ist es wirklich wichtig, dass ihr hauptsächlich tatsächlich in den Aktien seid, weil man hat das ganz gut gesehen, bei vielen Titeln 100, 150, 200% und mehr sind die einzelnen Titel nach vorne gelaufen, während der Index halt 30, 40% gemacht hat. Also, da bitte differenziert rangehen. Dann könnt ihr als Trader wirklich sehr, sehr viel Geld an den Märkten verdienen. Das war es wieder von mir, Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Tschüss.